Mein Name ist Jochen Grabudde. Ich bin Landwirt und bewirtschafte einen Ackerbau- und Schweinemassbetrieb in der Soesterbörde. Wir fahren eine vielfällige Fruchtfolge mit Gerste, Raps, Weizen, Triticale und Erbsen in der Fruchtfolge. Wir haben auf dem Schlepper jetzt neu ein Trimbel-Display GFX 1260 verbaut. Er ist schon vom Display her sehr scharf. Es ist recht groß. Man kann schon alles sehen, gerade wenn man mehrere Ebenen arbeitet. Ich habe jetzt noch über ISO-Bus die Reifendruckregelanlage mit drauf. Dann hat man schon zwei, drei Anwendungen. Dafür ist es schon vorteilhaft. Jetzt im Vergleich zum alten ist es etwas schneller. Die Lenkung arbeitet wirklich exakt genau. Da kann man sich darauf verlassen. Sowohl bei der AB-Linie als auch bei Kontur arbeitet das schon sehr präzise. Vom Tauschen her gar kein Problem. Wir haben das alte runtergenommen. Die Anschlüsse passen. Das ist innerhalb von fünf Minuten getauscht. Wir haben das Trimbel-System von der Firma Vantage bekommen. Auch da ist die Zusammenarbeit unproblematisch. Wenn irgendwas ist, da ist noch was mit Einstellungen oder die Drillmaschine muss neu eingestellt werden, ist das kein Problem. Einmal anrufen und der Service klappt direkt am Telefon. Und wenn es nicht funktioniert telefonisch kommt auch gerne einer raus. Das ist innerhalb von fünf Minuten getauscht. Und wenn es nicht funktioniert telefonisch geht. Das ist innerhalb von fünf Minuten getauscht. Das ist innerhalb von fünf Minuten getauscht.